Ich glaube, es wird eine super Stimmung herrschen, ich meine, das Stadion wird ausverkauft sein. Wir spielen gegen die stärkste Mannschaft in dieser Gruppe, die schon zweimal gewonnen hat. Die Ausgangsposition ist klar, aber ich bin überzeugt, dass wir unsere Chancen haben werden. Wir werden das Spiel so anlegen wie gegen Porto und ich bin überzeugt, wenn wir kompakt stehen, die Konterschancen bekommen wir und ich wünsche mir, dass wir das Glück haben und in Führung gehen, dann wird das Stadion brodeln. Aber das ist eine Mannschaft, die im System 4-4-2 perfekt funktioniert. Da arbeiten die zwei Viererkette hervorragend, immer zusammen, immer im Team und das macht Atletico stark und so gewinnen sie Spiele in der Meisterschaft. Es ist sehr schwer, darüber zu kommen, aber wie gesagt, im Fußball ist immer alles möglich. Wir werden schon eine oder andere Schwäche finden und dann, wenn wir wirklich alles umsetzen können auf dem Platz, was wir uns vornehmen und was wir auch beim ersten zwei Spielen gemacht haben, dann ist alles möglich, auch gegen Atletico. Wir haben einen Stil, wie wir spielen. Wir werden das weiterentwickeln und wir werden sich etwas mehr unsere defensiven Mittelfeldspieler orientieren, müssen ein bisschen mehr Unterstützung geben zum Zwei-Innen-Verteidiger und so werden wir Diego Costa und David Villa ins Sandwich haben. Wir müssen schon früher reagieren und besser gesagt agieren, dass die Mittelfeldspieler nicht die guten Pässe zu diesen zwei bringen können und dann werden wir auch die zwei gefährlichen Schuhe abschalten können. Die Fans waren unglaublich am Tag der Porto und natürlich, wenn wir in der Lage sind, wie Markus gesagt hat, ein Tor zu schießen, dann werden wir wirklich noch mehr Unterstützung bekommen von unseren Fans. Aber wir müssen mit unserem Einsatz und mit unserer Aggressivität die Fans auf unsere Seite zu bringen und zu bekommen und dann werden wir eine super Stimmung haben. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das auch so sein wird und dass die Fans uns zum Erfolg führen werden.